Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Stefan Attiger. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer. Haben Sie gewusst, dass es im Aargau etwa 3000 km Bäch und Flüsse gibt? Aneinandergereiht wird das ein Fluss geben, der von Aarau bis nach Russland geht. Oder die Flüsse und die Bäch sind etwa dreimal so lang wie alle Kantonsstrassen. Der Aargau ist also definitiv der Wasserkanton in der Schweiz. Der Reichtum an Wasser ist ein Sägen. Man könnte zwar wie das Sprichwort auch sagen, Sägen und Fluch zugleich. Damit meine ich das Problem mit dem Hochwasser. Nur aus den Kantonen Genf, Jura und Basel-Stadt fliesst kein Wasser durch den Kanton Aargau. Wenn es also irgendwo in der Schweiz stark regnet, steigen die Wasserpegel bei uns im Aargau schnell. Zum Glück sind wir aber gut vorbereitet und die Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen funktioniert gut. Das hat uns Anfangsmonat vor grösseren Hochwasserschäden verschont und wir hoffen, dass das auch in der Zukunft so bleibt. Aber wie gesagt, wenn es in der ganzen Schweiz stark regnet, wird es im Kanton Aargau schwierig zu verhindern, dass es Hochwasserschäden gibt. Unsere Gewässer haben aber vor allem eine schöne Seite. Sie sind ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Aber auch für uns Menschen sind Gewässer von grosser Bedeutung. Wenn es im Sommer heiss wird, finden wir in den Seen und Flüssen eine schöne Abkühlung. Beim Baden oder auch, wenn man sich mit dem Gummiboot treiben lässt. Dank der guten Wasserqualität können wir das auch ganz unbedenklich geniessen. Es gibt aber noch mehr Erholungsmöglichkeiten am Wasser. Hat doch das Wasser eine einzigartige Ausstrahlung. Am Wasser wandern, Velo fahren, ein Picknick machen oder einfach verweilen. Am Wasser findet man eine aussergewöhnliche Atmosphäre. Schön ist es auch, einfach nur die Natur zu geniessen. Die Gewässer sind wichtig für die Aargauerinnen und Aargauer. Wir haben gelernt, mit den Flüssen und den Seen umzugehen. Ich wünsche Ihnen in der Sommerzeit, in der man es besonders geniessen kann, schöne Erlebnisse am Wasser, im Wasser oder wo immer sie sind.